So, halli, hallo und herzlich willkommen zurück zu Pogomons Maragd. Ja, am Ende der letzten Folge war ich ganz, ganz, ganz verzweifelt, denn... Wartet. Ich habe die Geheimfartes von Team Magma nicht gefunden. Also ich wusste nicht, wo sie war und... Ja, sie ist ungefähr, ja, äh, hier. Da. Und das hat der nette Herr von Team, ähm, Magma, äh, Aqua, mir hier verraten. Aber das habe ich nicht gesehen, nicht gelesen, weil ich nur ein der beiden Typen da, die vor deren Basis standen, angesprochen habe. Und mir so diese wichtige Information total, ja, verwert blieb. Ja, das ist natürlich mega schade und doof, aber jetzt weiß ich's. Aber, ja, ein großes Aber. Ich habe bei einem anderen Let's Play Kollegen letztens gesehen, ähm, er hat den Auftrag von Wiese Walter. Ähm, angenommen. Und hat als Belohnung eine tolle TM bekommen. Und da denke ich mir mal, das machen wir jetzt auch noch schnell. Mach dir keine Sorgen, man kann das nicht gerade eine Herausforderung nennen. Der Eingang zum Neumalenpro ist eine kurze Surfstrecke von Route 110 entfernt. Ha, das ist alles. Du kannst mir vertrauen. Hahaha. Okay, wir können dem netten, alten Mann vertrauen. Das werden wir auch. Und es muss hier irgendwo sein. Ist was aus Tieflau? Möchtest du das Surf einsetzen? Ja, ich möchte das Surf einsetzen. Äh, wo war das? Schutz wirkt nicht mehr. Mhm. Superschutz. Das war doch hier irgendwo, oder? Ah, da. So, gehen wir mal rein. Die Tür ist geschlossen. Ja, den Kelleröffner benutzen. Ja, bitte. So, ähm, was haben wir denn hier? Okay, da kann man... Ja, gut, da kann man sich draufstellen. Ähm, das glaube ich recht kurz. Äh, wieso habe ich das gemacht? Bin ich dumm? Ja, komm, da ist eine Tür. Da könnte ich ja weiterkommen. Ich setze. Aber nee, ich verschließe ja selber mir selbst mal den Weg mal so eben. Nein, auf das gehe ich jetzt. Das klang gerade nach einem Magnetil. Und wieso weiß ich die ganzen Rufe aus dem Kopf? Okay, ich trau... Juhu, ein Hüppel. Schutz wirkt nicht mehr. Nee. Superschutz einsetzen. Gut. So. Ähm. Machen wir das mal so? Ah, Fluchtzeit ist ja gut. Jetzt kann ich nicht mehr, wo ich langen muss. Was ist das? Hä? Okay. Ah, ich konnte mir irgendwie denken. Ja, das war irgendwie feiersehbar. Ein wildes Autoball erscheint. Los, Elik. Ich bin Elik. Ähm, mach mal Knirscher. Wobei, die haben bestimmt irgendeinen Scheiß, wo man Paralyse kriegt, wenn man sie berührt oder so. Ja, sag ich doch. Statik. Verdammt, ich sag's vor allem auch noch. Das kann nicht wahr sein. Okay. Naja, egal. Das kriegt Elik auch so hin. Wir haben alle jetzt ganz groß Vertrauen in Elik. Elik. Och Mann, Elik. Seid doch mal cool. Elik. Geht doch mal mir. Danke. Lässt dich hier von so einem... Alter, der hat noch der für seine HP. Da wurde von einem 25-leveligen Voltoball abgezogen. Mensch. Okay, ich glaube, ich muss jetzt hier... Ja. Äh. Nichts okay. Ach du... Ja. Pfff. Okay. Ich bin ein Voltoball. Voltoball. So. Ach, machen wir mal Feuerodem. Ich hätte ja jetzt auch so klug sein können und Elik irgendwie Pareil oder so geben können. Aber irgendwie bin ich nicht auf die Idee gekommen. Irgendwie traurig. Aber egal. Das schaffen wir auch so. Wir haben ja genug Pokémon. Und dann diese Kämpfe für diese Missionen, die wir jetzt hier gerade machen. Ich muss das jetzt auch nicht irgendwie rausschneiden. So. Okay, der ist weg. Der Mehl hat Pareil gefunden. Na, das ist praktisch. Dann mal geht's da auch mit zweiter oder muss ich da erst... Okay. 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 Du blödes Voltoball. Niemand will dich. Niemand. Ja. Feuerodem. Boah. Ha. Vorralisiert. Warte mal, ich habe mir eine ganz lustige Idee. Ähm... Wir haben mal einen Pokéball. Mal gucken, was passiert. Dö, 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 blick. Toll. Voltoball wurde gefangen. Voltoball wurde ein Eintrag angelegt. Es ähnelt einem Pokéball sehr. Da es bei der geringsten Berührung explodiert, gehen sogar erfahrene Trainer zu hervor. Und ich stehe mit ihm um. Und ich aber auch. Niemand will ein explodierendes Pokémon. Und du? Oh, nee. Du bist kein Pokémon. Okay. Jetzt muss ich, denke ich mal hier drauf. Und ja, genau. Oh, oh, oh. Oh. Oh, ein Donnerstein. Cool. Ich glaube, ich brauche den gar nicht. Aber Hauptsache, wir haben, ne. Und mir stellt sich auf den Schalter. Klick. Der Generator ist ausgeschaltet. Der Geraner ist aus... Ja, okay. Das war's. Okay. 70 Schatz. Gehe ich schon mal jetzt am Beutel. Items im Zinkplatsch. Zink kann ich englisch... Vier Stück. Spezial Verteidigungswert. Könnte ich hier mal so nebenbei ein bisschen verteilen. Zum Beispiel an Iris. Hm, schade. Iris ist schon voll. Elig. Oh, verdammt. Schade, die eher verteilen sollen, glaube ich. Was sagt Luffy? Schön. Ich verteile die einfach mal so ganz random. Ich habe keine Ahnung. So. Äh, ja. Nugget KP Plus. Könnte ich eigentlich auch nochmal einsetzen. Geht das bei Iris? Nee. Iris, sei nicht so zickig. Ja, aber Luffy nimmt's. So, Herzschuppel, Metallkraut. Ach, ja. Das muss ich mal alles mal wegtun. Das braucht doch keine Sau jetzt hier alles. Aber erstmal gehen wir zurück. Und dann machen wir das direkt. Das muss ich gerade überlegen. Wo das Fluchtseil ist. Da. Okay. So. Und jetzt. Wir sind ja super faul. Fliegen wir ja wieder zurück. Normal in Frost City. So. Flieg, 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 flieg. Flieg und sieg. So. Schutz wirkt nicht mehr. Egal. Ah, ha, ha. Ich wusste es, Yumi. Ah. Ich. Ja, ich. Ah, okay. Ich wusste, ich habe dir die... Ich krieg's gerade einfach nicht hin. Okay, nochmal. Ich wusste es, Yumi. Ich wusste, ich habe dir die... Ich habe die... Oh, oh, Alter. Ich habe die richtige Person rausgepickt. Oh, das ist gerade schlimm. Hier, das ist mein Dankeschön. Eine TM. Die Donnerblitz enthält. Nimm. Du hast sie dir wirklich verdient. Das ist schön. Danke. Es freut mich zu sehen, wie energetisch sich die jungen Leute heute entwickeln. Energetisch. Er hat energetisch gesagt. So. Jetzt mal ein bisschen ausmisten. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. PC von Yumi. Item ablegen. Weil ich habe dann keinen Bock, dann irgendwo in einem tiefsten Dungeon zu sein. Und dann kann ich dann keine Items mehr aufsammeln. Warte mal. Die kann ich verkaufen. Item tragen. Kann wilde Pokémon ab. Das behalten wir mal. Das nehmen wir mal weg. Top tragen. Das brauche ich bald. Wobei... Ja, ich behalte es einfach mal. Schutzband. Lache auch. Ja, okay. Topschutz. Topbeleber. Karboden. Das gebe ich gleich einem. Das verkaufe ich gleich. Das lege ich auch weg. Okay. Gut. Super. Und jetzt würde ich gerne nochmal auf Lanets PC. Und das süße kleine Voltoball abgeben. Ja, bitte. Ja. Den anderen kleinen putzigen... Freunden. So. Äh, ja. Okay. Dann würde ich sagen, ich gehe jetzt auch kurz in den Markt. Und dann endlich final gehen wir zu Team Magma's Verschweck. Und jetzt bin ich auf Kaufen gegangen und habe vergessen, meine Pokémon aufzuladen. Aber so ist das halt. Okay. Ähm, Herzschuppe. Ja. 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 Danke doch. Mensch. Geht doch ganz einfach. So. Ähm. Ja. Beutel. Und jetzt habe ich mich verdrückt und habe das jetzt weggemacht. Und bla. Und blub. Und jetzt bin wir wieder da. Ähm. Okay. Hm. Das macht Carbon eigentlich. Initiative-Wert erhöhen. Na, wenn das mal eine Swoodle-Trink braucht. Hm. Ich bin nicht mal ein bisschen irre, dass man eine Trink braucht. Hm. Dann braucht das Ganze Trink. Ehlig. Willst du mich verarschen? Oh, Mann eh. Okay. Lassen wir das. Jetzt gehe ich nochmal ganz schnell ins Pokémon-Center und dann gehen wir los. Versprochen. Diesmal wirklich. Wie kann ein Pokémon-Sender? Wenn deine Pokémon machen sie wieder Topfeld. Okay. Wie benötigen deine Pokémon? Okay. Ich nehme deine Pokémon für einmal meine Wanderpult. Okay. Und ihr wundert euch, warum ich gerade so wach bin. Das geht daran, dass ich diesmal nicht 12 Uhr in der Nacht aufnehme. Und ich habe mich schon wieder verdrückt. Das ist voll schlimm mit mir gerade. Äh. Sondern ich nehme jetzt... Es ist gerade 10 vor 7. Und damit meine ich nicht früh morgens, sondern tatsächlich abends. Das ist der Wahnsinn. Okay. Okay. So. Ein Fels. Das sieht so erbrechlich aus. Wir setzen zur Trümmerer ein. Ach ja. Ich wollte eigentlich... Ganz schwierig. Ich wollte eigentlich... Ich glaube, die Folge jetzt, die findet es irgendwie noch mit unsinnigem Zeug. Ich würde nämlich gerne... Ähm... Flucht. Luffy vielleicht ein, zwei Attacken mal verlernen lassen. Weil er kann Stärke und zur Trümmerer. Und ganz unter uns. Das ist doch der größte Scheiß. Und ganz unter uns. Ich habe mich schon wieder verdrückt. Das ist gerade total schlimm mit mir alles. Ich bin einfach nicht zu halten. Ähm... So. Mal gucken. Kann man eigentlich bei dem Attackenverlerner hier auch VMs verlernen? Ich weiß es gerade überhaupt nicht. Ähm... Ich bringe mich immer ein, dass es damals nie ging. Aber alle sagen, es ging. Und ich immer so... Hä? Man kann keine VMs verlernen. Aber es würde ja Sinn machen. Und dann würde der ganze Attackenverlerner keinen Sinn machen. Okay. War der hier oder da? Ich probiere es mal hier. Das Haus ist beschriftet. Beschriftete Häuser sind immer wichtiger. So. Äh... Ich bin der Attackenverlerner. Ich sorge dafür, dass die Pokémon ihre Attacken vergessen. Möchtest du, dass ich dir helfe? Ja, bitte. Esches Pokémon soll eine Attacke vergessen. Ja, Luffy, bitte. Ich möchte die Attacke vergessen werden. Das ist eine äußerst schwierige Entscheidung. Aber ich glaube, ich nehme Zerschneider vorbei. Oh nee, warte mal. Ich bin gerade... Nee, oder? Ja, mach mal hier. Ja, ja, ja. Ähm... Ja, ich weiß nicht. Das Eckspalt ist scheiße. Sagen wir mal... Zerschneider soll er... Nee, eigentlich... Ach, ich... Ich habe das jetzt einfach mal gemacht. So. Kann jetzt irgendeins von einem anderen Pokémon mal Zerschneider erlernen? Wenn nicht, muss ich den jetzt wieder Zerschneider beibringen. Die arme Sau, die hat noch zwei gute Attacken. Das kotzt mich gerade so ein bisschen an. Ja, er ist die einzige... Die einzige arme Sau, die das erlernen muss. Super. Aber... Dann probieren wir es mal mit Zertrümmerer. Ja, 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 genau, ja. Ja, 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 mach mal das mal so. Ja, Lüffi soll das mal bitte verlernen. Ähm, nehmen wir Zertrümmerer. Ja, ja, soll vergessen werden, bitte. Ja. Und ja, ich bin Sachse. Also, ich bin jetzt ein echter Sachse, ja. Also, ich mache das gerade nicht nur aus Spaß. Ich bin wirklich so dumm, wie man denkt. Von der Sprache her. Ähm, so, welche arme Sau möchte ich denn jetzt zur Trommor lernen? Gibt's Freiwillige? Ja. Oh. Der arme Elik. Okay, Elik, es tut mir leid. Du musst jetzt eine beschissen Attacke lernen. Ja, 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 ja. Ich muss jetzt besser vergessen werden. Wollte mich fertig machen, ey. Okay, Finte. Tschüss, Finte. Ich habe auch extra, also, ich habe auch Kommentare bekommen. Also, eins jedenfalls. Das ist, dass es irgendwie doof ist, dass ich Lüffi da so viel, also, viel, es sind zwei. Aber halt eben so einige Attacken beibringe, die er eigentlich gar nicht braucht. Also, deswegen möchte ich jetzt ein bisschen verteilen. Ich mache mir nur Sorgen. Bitte schreibt es mir in die Kommentare, wenn ihr es wisst. Es gibt ja Kaskade, Whirlpool, ähm, Surfer und Taurer. Welche VMs davon brauchen wir denn hier in dem Spiel? Weil ich habe keinen Bock, jetzt meinen Wasser-Pokémon alle vier weibringen zu müssen. Ich glaube, Whirlpool brauchen wir auf jeden Fall nicht. Aber wie es mit den anderen aussieht, ist mir gerade leider nicht bekannt. Donnerblitz. Ich will eh gar nicht, ob ich jetzt zwei... Ich weiß, dass zwei meiner Pokémon noch Blitz lernen können. Ich weiß nicht, ob Swoodle eh lernt. Weil wenn Iris das könnte, das wäre schon cool. Ja, ich würde jetzt sogar präferiert Iris beibringen. Sie bekommen zwar keinen Step drauf, aber das ist schon geil, ne? Dann mal Gedankengut. Ja, aber... Ja, ich nehme mal Seher weg. Und Schwuppi-Bupp. Weil natürlich nahliegend das Swoodles lernt, aber so ist das ja viel cooler, ne? Dann mal... Ich habe schon auch irgendwas Cooles, was ich Luffy beibringen kann. Das ist wie Eisstrahl. Seinsturmfestgrab. Ich gucke gerade, ob mir irgendwas ins Auge springt. Hitzekoller. Das wäre eine Idee. Mal gucken, mal gucken. Ich... Warte. Und ich würde mal sagen, ich habe jetzt auch schon die ganze erste Folge jetzt mit so schön sinnlosen Zeug verquatscht von meiner Aufnahme. So. Also, jetzt... In der nächsten Folge stellen wir uns jetzt wirklich endlich Team Magma in ihrer geheimen Basel. Das habe ich den ganzen Schnullefax in dieser Folge gemacht. Okay. Dann bis zum nächsten Mal. Tschaui. 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 Tschaui.